Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit heute in Stuttgart und zwar mit Annika Hansen, eine wunderhübsche Frau, vor allem aber auch eine tolle Moderatorin und sie kommt hier aus Stuttgart und ihr Steckenpferd ist das Pferd, aber sie kann noch ganz viel mehr und erzählt uns heute alles über ihre Heimat im Schwabenländle. Also los geht's. Normal würde ich immer aussteigen im wahren Leben. Schätzelein, hallo. Herzlich Willkommen. Ja total. So, du zeigst mir deinen Stuttgart. Ich bin ja echt gespannt. Ja, ich bin ja eigentlich Kölnerin, aber inzwischen ist Stuttgart sozusagen meine Zweitheimat. Warum? Weil mein Freund hierher kommt und weil ich jetzt seit dreieinhalb Jahren auch sehr, sehr, sehr viel in Stuttgart bin und das ist tatsächlich so meine zwei der Lieblingsstadt geworden und irgendwie Heimat. Okay. Und jetzt geht's los. Ja, was machen wir denn eigentlich? Du hast ein Golfbag dabei, sehe ich schon. Ja, ich dachte mir hier nur ein bisschen Sightseeing ist zu langweilig und heute bei zwei Grad ist es ja ideal, um schön draußen zu sein. Ja. Bist du wetterfest? Ja klar. Und dann gehen wir ein bisschen auf den Golfplatz. Sehr gut. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob du spielst so richtig. Ja, ein bisschen. Bisschen? Ja schon. Also ich spiel schon. Ander Statement? Nee, ich habe ja vor einem Jahr angefangen. Jetzt ist Miss Horny runtergefallen. Hast du meinen Einhorn gesehen? Nee, noch nicht. Zeig mir das mal. Okay, ich hole mal meinen. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich dein Driver. Das muss ich dir nachher zeigen. Deine Driverhülle, ne? Du Scheiße. Das ist Miss Horny. Ja. Die ist ein bisschen süß, oder? Sehr süß sogar hier vor allem. Also ich habe ja im Golfen angefangen, weil es mit dem Reiten nicht mehr so ging, weil mein Pferdchen krank geworden ist und dann dachte ich mir, habe ich zumindest ein Pferdchen auf dem Driver. Dein Pferdchen heißt Wölbchen, ne? Wölbchen. Du kennst Wölbchen? Ja. Jeder, der Wölbchen kennt, das ist mir direkt sympathisch. Ich habe gesehen, dass das tausende Menschen sich angucken, wenn du auf deinem YouTube Channel irgendwie was über dein Pferd erzählst. Das hätte ich auch nicht gedacht. Dann drehen alle durch. Ja. Was ist Wölbchen für ein Pferd? Wölbchen ist eine Hannoveraner Stute. Ein Springpferd, aber irgendwann auch ein Dressurpferd geworden. Und die ist leider krank und steht jetzt auf der Wiese. Irgendwie lieben alle Wölbchen. Und Wölbchen hat mir auf meinem Kanal auch komplett den Rang abgelaufen, ne? So, ich poste irgendwelche Videos, wo ich was mache, wo ich in Bangkok bin, Thailand, auf Reisen, auf dem Dreh. Und alle so, buh. Und dann macht Wölbchen einfach nur so, hihihi. Und alle so, ahhh. So funktioniert YouTube, ne? Ja. Aber es macht Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Heilbronn-Karlsruhe, warte mal, hier muss ich noch nicht raus, ne? Doch, hier muss ich raus. Ja, hier geht's runter. Ja, ne? Ja, das ist ein Stückchen, das ist jetzt nicht Stuttgart City, wo wir hinfahren, aber... Ja, ich wollte das gerade sagen. Die Golfplätze sind halt eher im schönen Sturgater Umland, im Ländle. Sturgat. Im Ländle. Sturgat, da fahren wir hin. Ich komme ja eigentlich aus Köln und Stuttgart. Bist du in Köln geboren, ja? Ach komm, leg doch nicht den Finger in die Wunde. Weiß ich nicht. Ich bin in Duisburg geboren. Duisburg? Aber da war ich nur drei Tage. Drei Tage? Im Krankenhaus halt. Waren Deine Eltern noch reisen, oder was? Ne, aber die waren gerade da und dann ist es halt passiert. Zack. Okay. Meine Großeltern kommen aus Köln. Aber du bist, okay. Ich bin im Rheinland groß geworden. Ja. Ein Ländler. Ja. Du hast dich in einem Jahr von Handicap 54 auf 22 runtergespielt, stimmt das? Ja, 22,5. Hab ich gelesen. Hast du richtig gelesen? In der Golf-Zeitung. In der Golf-Punk, ne? Gibt's eine Zeitung, die heißt Golf-Punk? Ja. Kennst du Golf-Punk nicht? Nein. Und du hast noch Nachholbedarf? Ja, eine Menge. Möchtest du Begriffe raten? Ja, bitte. Wir fangen leicht an. Ein Herrgottsbescheißerle. Ein Herrgottsbescheißerle? Ja. Was stellst du dir da drunter vor? Ein Herrgottsbescheißerle. Ich find's jetzt schon zum Piepen. Ein Herrgottsbescheißerle. Jemand, der fremd geht? Das ist ja auch nett. Ne? Das wär ja Frauenbescheißerle. Oder Männerbescheißerle. Ne, das ist ein Herrgottsbescheißerle. Jemand, der aus der Kirche austritt. Ah, das ist so offensichtlich. Werd' mal ein bisschen kreativ. Ein katholischer Priester. Ein Herrgottsbescheißerle. Ah, das erklär ich dir zum Schluss erst, weil das machen wir dann. Ja. Ähm, was ist Brechtlingsxelz? Brecht... Brechtlingsxelz. 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 Ich finde, du stehst noch ganz am Anfang deiner schwäbischen Karriere. Hast du eine Vorstellung? Nein, nicht mehr ansatzweise. Ah, du musst ein bisschen raten, sonst ist das Spiel langweilig. Ich war so... Brechtlingsxelz. 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 Wie soll ich denn darauf kommen? Da ist der Golfplatz. Richtig. Guck mal. Wie hast du das erkannt? Am Navi. Achso. Ich so, wow. Wow, hat er sich vorbereitet. Wir fahren jetzt zur Nippenburg. Ja. Also es gibt viele Golfplätze so im Umland. Kann man alle ausprobieren, die sind eigentlich alle schön. Aber die Nippenburg gehört so ein bisschen zu einem Kölner Golfplatz, wo ich manchmal bin. Und deshalb sehen wir heute hier. Wahnsinn. Deine Tasche. Ja, da würden sich manche drum kloppen. Wie meinst du? Gibt es so Typen, die dich angraben auf dem Golfplatz? So 80 Jahre? Ähm, nee. Ich mache tatsächlich eher die Erfahrung, dass Männer einen immer belehren wollen. Ja, du bist dann als Mädel da und gut, ich spiele jetzt auch noch nicht so ewig Golf und klappen manche Sachen gut, manche nicht. Und dann kommt immer so die Belehrernummer so, Menschen, ich zeig dir mal, wie das geht. Ja, oder du kannst Hoffnung haben. Kein nicht schlechter Talent. Dresscode-mäßig sind wir natürlich eigentlich echt unterste Liga heute. Ja, also was halt überhaupt nicht geht, ist natürlich mit Jeans. Also ich finde, du gehst ja noch, obwohl das auch eine Jeans ist. Ja, ich habe auch Löcher in der Hose. Da würde sich eigentlich jeder Golfpräsident im Club umdrehen. Hast du so Routine richtig und so? Nee, gar nicht null. Ich nehme jetzt mal ein Acht und dann haue ich das Ding mal da raus. Aber es ist... Warte, lass mich jetzt kurz wiederholen. Du haust das Ding jetzt raus, ja? Ja, lass mal sehen. Ja, ein bisschen Boden, aber... Was habe ich gesagt? 125 ist 115. Also mein Auto, ja? Bist du picky? Mein Auto sieht immer aus wie eine Müllhalde, weil ich da drin lebe. Ja, mir auch. Meine Schläger, blitzsauber. Kannst dein Achter-Eisen erst mal putzen jetzt hier. Und Pada-Boom. Aber nicht gut. Das war natürlich komplette Scheiße. Sind wir gut versichert? Warst du in der Schule schon hübsch? Ich sah früher aus wie ein Junge. Ja? Ja. Kennst du die fünf Freunde? Ja. Kennst du George? Ja. Ich wollte George sein. Ich habe mir die Haare von Hintern lang so kurz abrasieren lassen in der vierten Klasse. Okay. Also wirklich so ein Zentimeter oder kürzer. Und danach habe ich eine Bande gegründet. Dick, Julian, George und Anne. Und Timmy, der Hund. Und Timmy, der Hund. Gibt so einen Song, aber den kann ich nicht mehr. Habe ich auch geliebt. Oh, ich fand das super. Und ich wollte halt echt so ein kleiner Junge sein. Und irgendwann habe ich mir aber mit 14 gedacht, ach, irgendwie die ganzen Jungs, die dir verknallt bist, die finden dich nicht so cool, weil die denken, du bist ein Typ. Genau. Und dann werde ich mal wieder ein Mädchen. Und dann bist du wieder ein Mädchen geworden? Ja. Wann war das so, dass jetzt zum ersten Mal Jungs gesagt haben so, ey, die Annika, die will ich haben? So 15, 16 oder? Also meinen ersten Freund hatte ich mit 15. Okay. Aber mit dem war ich auch zweieinhalb Jahre zusammen. Und wann wurdest du zum Schwarm? Also du bist ja heute, heute gibt es ja viele Männer, die sagen, Mensch, die Annika ist echt eine Hübsche. Die will ich ja gerne mal kennenlernen. Soll ich dir was sagen? Ich sehe mich selber halt gar nicht so. Ich finde das immer sehr schmeichelhaft. Hier darf man rechts abbiegen. Weiß ich ja, aber man muss halten. Das ist ja wie ein Stoppschild. Ich finde das sehr schmeichelhaft und ich finde das natürlich auch nett, wenn Leute das sagen. Und wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, ich denke da nicht so, oh mein Gott, wie scheiße. Aber ich selber denke mir immer so, wenn die Leute mich kennenlernen würden, die würden es gar nicht mit mir aushalten. Weil ich halt schon chaotisch, laut, wild, also ich weiß immer nicht, ob die Leute so das im Kopf haben, wenn sie mich nur sehen. Das Schöne hier im Ländle ist ja so, wenn du jetzt mal aus Stuttgart City rausgehst, was natürlich sehr modern ist, Einkaufszentren und alles, dann ist es halt echt so Ländle. Es ist halt Ländle. Ich mag es. Ich stehe ja total auf so Serien, wo die Hauptdarsteller mehr einen an der Klatsche haben als ich. Mit allen meinen Gästen spiele ich immer entweder oder. Ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten und du musst sagen, welches für dich die richtige Antwort ist. Habe ich es verstanden. Bereit? Ja. Zypern oder Katar? Zypern. Turmspringen oder Völkerball? Völkerball. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Einhorn oder Pferd? Pferd. Fitnessstudio oder Laufsteg? Fitnessstudio. High Heels oder Golfschuhe? Golfschuhe. Salat oder Burger? Burger. Fragen oder Antworten? Fragen. Serien oder Filme? Serien. Rab oder Elden? Elden. Bar oder Karte? Karte. Ich habe nie Bargeld in der Tasche. Das ist ganz schlimm. Ich renne immer so 6,80 Euro rum und dann kann ich irgendwo nicht mit Karte zahlen und dann suche ich einen Automaten. Ich weiß nicht, warum ich es mir nicht angewöhnen kann, irgendwie mal 100 Euro in der Tasche zu haben. Aber weißt du was? Man kann bei Shell, wenn man tankt, Geld ableben. Gratis. Spass. Habe ich auch schon ganz oft gemacht. Selbst tanken oder tanken lassen? Selbst tanken. Strand oder Berge? Strand. Butter oder Margarine? Olivenöl. Butter oder Margarine? Butter. Oder bist du aber streng, ne? Jäger oder Sammler? Jäger. Fertig. Sollen wir entweder oder auch andersrum spielen? Bitte, hau rein. Boah, das ist aber jetzt echt spontan, ne? Brünett oder blond? Blond. Hund oder Katze? Hund. Fußball oder Boxen? Fußball. Fußball gucken oder Fußball spielen? Gucken. Echt? Ja. Spielst du nicht selber? Nein. Also doch, aber halt schlecht. Ich war in meiner Fußball AG. Boah. Und dann bin ich rausgeflogen, weil ich habe lieber die Schienbeine getreten. Ja, das denke ich mir. Als den Ball. Guck mal, das ist eine Tanke. Eine große. Normalerweise bringe ich meinen Leuten immer, meinen Gästen immer wie einen Kaffee mit. Oder Croissants habe ich bei dir heute Morgen vergessen. Ich habe gar nichts bekommen. Nein, weil es so knapp war. Ich würde dich jetzt gerne irgendwie auf etwas Kleines einladen. Ein Eis? Ein Eis? Weißt du was ich tatsächlich immer immer? Ein Noggerschock mit Spolade drin. Liebst du Noggerschock? Ja, das hat dir jemand verraten. Nein, ich schwöre es dir. Ich liebe Noggerschock. Aber ohne Schock. Ich will ohne Schock. Du ohne Schock, ich mit Schock. Ich liebe Noggerschock. So. Ey, hier kannst du ja Sachen kaufen, guck mal. Also ich mag das total gerne, wenn ich viel unterwegs bin, weil es ist so Abenteuer-Spielplatz. Oh, Nagelack. Darf ich dir die Nägel lackieren? Nein. So, ich muss hier die Geschichte lesen. Ziehst du den Candy-Bra für mich an? Wie geil ist das denn bitte? Das wäre für Valentinstag natürlich auch was gewesen, ne? Wie geil ist denn das? Gebrannte Mandeln mag ich auch. Zirkus oder Kirmes? Äh, Kirmes. Ja. Buch oder iPad? iPad. Echt? Lest du ein Buch auf dem iPad? Ja. Ich lese aber viele Bücher auf dem iPad. Finde ich auch super. Noggerschock oder Noggerschock? Noggerschock. 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 Kann ich mich für Shell ClubSmart registrieren? Bist du das nicht? Nee, ich bin nicht. Ich bin kein ClubSmart. Kennen Sie unsere aktuelle Aktion dazu schon? Nee, erklären Sie mal. Jeder hundertste ClubSmart-Kunde, der registriert ist, bekommt seine Tank- und Karte. Einmal die ClubSmart-Karte. Was das Ding kostet? 9,99 Euro? Das ist eine Sensation. Kann ich mich irgendwo umziehen? Gern. Was habe ich dich noch gefragt? Herrgottsbescheißerle. Herrgottsbescheißerle? Was ist das? Maultaschen? Der kennt sich aus, der Mann. Herrgottsbescheißerle ist ja Maultaschen. Weißt du, was wir nachher noch machen? Maultaschen essen. Richtig. Geil. Machst du Snapchat? Nein. Machst du Facebook? Machst du Instagram? Machst du Twitter? Bist du Social Media? Facebook und Twitter. Ich liebe Facebook und Twitter. Ah, gute Entweder-Oder-Frage. Facebook oder Twitter? Facebook. Obwohl ich bei Twitter mehr Follower habe. Ich habe bei Facebook viel mehr Follower als bei Twitter. Du hast bestimmt bei Facebook 500.000 oder so. Ne, 175.000. Das ist aber auch viel. Aber bei Twitter habe ich so irgendwie wenig. Aber ich mache Twitter auch nicht so viel. Außer wenn ich Fernsehen gucke und lästern will. Hallo Snapchat. Ich werde durch die Gegend gefahren. Da ist der Matthias. Sag mal Hallo. Hallo Snapchat. Veräppelst du meine User? Nein. Nein. Das ist super. Das war es schon. Immer nur 10 Sekunden. Das ist krass. Wenn man gerne redet. Und dann in 10 Sekunden. Weißt du noch wie Maultaschen auf Schwibisch heißt? Ja. Nämlich? Ähm. Nicht Erdbeermarmelade. Genau. Sondern auch nicht Brechtsstilz oder so. Ähm. Sondern Herrengedeck. Herrgottsbescheißerle. Herrgottsbescheißerle. Ach habe ich dir erklärt warum man es so nennt? Ne. Wolltest du auch. Stimmt. Erzähl. Herrgottsbescheißerle nennt man es, weil man es in der Fastenzeit isst und man das Fleisch nicht sieht. Und man den Herrgott, den lieben Gott damit ein bisschen veräppelt. Obwohl man Fleisch isst, aber der liebe Gott es halt nicht sehen kann. Weil es ja im Teig ist. Und deshalb bescheißt man den lieben Gott. Das ist gut. Das wirst du jetzt nicht mehr vergessen oder? Das gefällt mir. Weißt du was eine Grombiere ist? Eine Grombiere? Das ist eine Suppen, ein Suppenlöffel ist das. Der Spaß an dem Spiel ist ja, dass du rätst und dich damit zum Otto machst. Genau, das ist ein Suppenlöffel. Und zwar ein Suppenlöffel für die Brombeersuppe. Die man, eine Grombiere, das hat so ein bisschen der Name ähnlich, die man im Nordschwäbischen rund um Ludwigsburg gerne isst. Guck mal, endlich spielst du mein Spiel mit. Riechst du das? Ne, eine Grombiere ist eine Kartoffel. Du alter Simbichel. Simbichel. Das weiß ich natürlich. Der Simbichel ist die umgangssprachliche Formulierung und zwar südlich von Tübingen in Richtung Schwarzwald für Vollidiot. Richtig! Woher weißt du das? Das war geraten. Ne. Das heißt wirklich Doofkopp. Also Doofkopp, okay. Also oder Blödmann oder Idiot. Vollidiot. Lustig. Aber das mag ich. Wenn ich nach einer langen Autofahrt aus Köln hier ankomme. Ich liebe Autofahren. Ich mag schnell Autofahren. Ja. Was ist deine Lieblingszusatzfunktion im Auto? Also die Rückfahrkamera finde ich ganz toll. Finde ich mega. Was ich auch total gerne nutze, wenn ich im Stau stehe oder in der Stadt, ist die Fernsehfunktion. Ich habe im Navi so eine Fernsehfunktion. Oh, das darf man aber auch nicht. Doch. Die geht ja dann aus, wenn es fährt. Bowling oder Kegeln? Bowling. Ich finde Kegeln cooler. So, hier ist jetzt der Laden. Ja, das ist der Kirchele. Das ist es, oder? Das Kirchele. Wir sind ja nicht in Bayern. Gute Idee, oder? Das sieht jetzt interessant aus. Also eigentlich, Maultasche gibt es natürlich so schön zurecht gemacht auf dem Teller. Du naschst schon, ne? Aber ich meine, wenn ich so Dinge in der Hand habe. Ich finde halt die Idee total toll, dass es so ein urschwäbisches Gericht einfach to go gibt. Das ist ja lecker. Und wie heißt es? Herrgott's Scheißerle. Endlich. Jetzt zeigst du mir deinen romantischen Ort. Ja. Okay? Club oder Bar? Ähm, ich bin so alt geworden. Beides nicht. Ich weiß nicht mehr. Bar. Selber kochen. Mittlerweile nicht Bar. Selber kochen. Ne, weißt du aber, ganz ehrlich, weißt du was die Party der Mitte 30-Jährigen ist? Ja. Ein Fondue-Abend. Ah ne, so schlimm ist es nicht. Doch. Bei uns ist es mittlerweile so. Dass du denkst, ach geil, heute Abend kommen Freunde mega. Wir machen ein bisschen Fondue. Herrlich. Oder raclet. Und um halb zehn so. Wann gehen wir? Boah, das Spottstuhl fängt gleich an. Ich muss jetzt mal ne. Aber ich kann das auch nicht mehr so. Wenn ich feier, brauche ich jetzt wirklich zwei Tage. Und ich dachte immer, das wäre so ein scheiß Spruch, den irgendwann alle erzählen. Ist aber so. Willkommen liebe Zuschauer beim Fernsehen für die Alten. Hier zwei Mitte 30-Jährige kurz vor der Krise. Die schon total am Ende sind. Hier? Ja. Rechts und dann wieder links. Willestraße? Ja. Guck mal, was schöne alte Häuser auch. Wunderschön. So. Guck mal, jetzt kommen wir doch da oben. Ich weiß, wo wir rauskommen. Ja. Auf jeden Fall schön. Hier. Ja, hier, guck mal Leute. Ist das der Hammer? Komm, das ist kein Scheiß, oder? Ist das der Hammer? Und vor allem dazu ne Maulzische. Gut, oder? Mh. Es war ein schöner Tag mit dir. Hat es dir gefallen? Hat dir Stuttgart gefallen heute? Du. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Ich hab gelacht. Wir haben was gegessen. Wir haben uns bewegt. Gut gelaufen. Also, Stuttgart super. Annika super. Schwäbenländle super. Hier alles super. Schwabenländle. Alles perfekt. Normal geh ich immer. Ich weiß. Heute bleib ich mal. Und wir schicken die Zuschauer los. Tschüss. Beim nächsten Mal übrigens die Maisezwillinge. Freut euch da jetzt schon drauf. Die sind süß. Ja, die sind sehr süß. Und da gehen wir durch Wiesmarkt. Auch schön. Ja. Also, unterwegs mit geht weiter. Heute viel Spaß beim Surfen und die nächsten Tage auch. Guten Appetit. Viel Spaß noch. Aus Stuttgart. Tschüss. Ciao.